Hallo und herzlich willkommen hier zu dem neuen Let's Play Minecraft Invasion Mod. Ihr seht hier das Höhlenportal, das war eigentlich, weil ich in die Hölle wollte und da den Invasion Mod zocken wollte, aber da hat es irgendwie nur gelegt und hier draußen ist das wesentlich besser. Also irgendwie Neta und Minecraft immer noch nicht spielbar wirklich. Aber egal, wir werden den Invasion Mod zocken, das ist jetzt hier Runde 1, also die Vorbereitung, beziehungsweise Runde 0 ist erstmal hier so ein bisschen erklären. Für die Leute, die nicht wissen, was Invasion Mod ist, ich erkläre immer so lange. Invasion Mod ist ein Mod für Minecraft und welch ein Wunder, ich bin wieder sehr, meine Informationen sind wieder sehr informativ, jedenfalls bei dem Mod gibt es verschiedene Gegenstände, wie ihr hier schon seht, ein neues Schwert, ein neuer Bogen und das nicht nur einfach so, ähm, ich stelle mal ganz kurz auf Peaceful, sondern, ähm, weil, ähm, es gibt hier halt einen Nexus, das ist halt so ein Würfel, den kann ich auch immer gerade so zeigen. So, das ist der Nexus und, ähm, wenn man den mit bestimmten Sachen füttert, ähm, dann kommen halt in verschiedenen Wellen Zombies und man kann halt seine Festung errichten und sich dann halt gegen diese Zombies wehren und, äh, ja, man muss dann halt so viele Wellen aushalten, wie man kann und irgendwann ist halt Schluss, da geht's halt dann nicht mehr weiter und, also irgendwann ist Schluss von wegen, man, äh, kriegt die Zombies nicht mehr abgehalten und wer halt am längsten durchhält, der ist halt der Beste, so gesagt. Ich hab das, äh, schon mal vor einiger Zeit früher gemacht, ähm, ja, also die alte Season, die Playlist, die verlinke ich jetzt hier auch irgendwo im Video, beziehungsweise die findet ihr in der Beschreibung, weil ein Video verlinken vergesse ich sowieso immer, also in die Beschreibung gucken, wer meine erste Season davon sehen möchte und, ja, das war's soweit dazu und ich hab jetzt so ein bisschen die Idee oder, ich weiß nicht, wollen wir hier so oben bauen, also ich würd jetzt hier so einen Luftsteg bauen, ich glaub ich kann die sonst ein bisschen höher machen, so, wie gesagt, jetzt noch mal ein bisschen die Folge 1 ein bisschen länger machen, schon mal hier ein bisschen bauen, damit die jetzt nicht so kurz ist, jedenfalls der Minecraft Invasion Mod wird jetzt erstmal gezockt und, ja, ich fand den Mod früher so geil, denn, äh, ja, weiß ich nicht, wo mich dann den nicht mehr gespielt hat, der war eigentlich ziemlich geil und ich freu mich jetzt jedenfalls, dass die Installation so problemlos, äh, vonstatten gegangen ist, weil früher hatte ich irgendwie mal Probleme mit der Installation, da war irgendwas an meinem Minecraft Ordner kaputt oder, keine Ahnung, das sieht irgendwie creepy aus, wenn die Blöcke so unter andern, na, sooo, ich mach das auch so, ist mir zu gefährlich, oh, das waren meine Eisenblöcke, nananananananananananana, so, ich hab auch jetzt schon ne Diamantrüstung an, weil das wird sonst echt ziemlich hart und, äh, vielleicht wird hier die dritte Season, dass wir uns erst das ganze Zeug farmen, Ich weiß ja nicht, ob ihr dafür seid. Ich finde das, glaube ich, ein bisschen langweilig zum Zugucken, wenn man erst da 100 oder, äh, 100 ist betrieben, aber erst mal so 20, 30 Minecraft-Folgen lang am Farmen ist. Aber wenn ihr wollt, können wir nach dieser Season eine weitere Invasion-Mod-Season machen, ähm, wo wir uns halt erst die Rohstoffe einmal eine Runde Feuer farmen müssen. Und ich werde jetzt nochmal die Line, die Line, die weiße Linie hier zu Ende bauen. Schnee im Sommer! Und, ja. Danach mach ich dann erstmal einen Cut, weil danach muss ich erstmal weg und morgen werde ich dann anfangen, richtig aufzunehmen. Das Video werde ich schon mal hochladen, also die Videos kommen immer sehr aktuell aufgenommen, beziehungsweise ich werde dann morgen einmal richtig fett, übertrieben lange aufnehmen. Und, weil früher das Speichern im Invasion-Mod nicht geklappt, da war dann so gesagt, der, nach dem, äh, Verlassen der Welt war dann der Nexus, ähm, wieder, ja, so gesagt, ja, man muss halt wieder neu starten. Und, ja. So, das wird dann hier unser Steg sein. Ich weiß auch schon, wie wir uns schützen werden. Komm, ich gehe so lange in den Creative-Modus, was soll's. Äh, da. So, das ist dann nämlich hier. Dann kommt hier eine gemeine Falle rein. So. Und das ist gegen die Typen, die Leitern bauen. Es gibt nämlich zum Beispiel, die bauen Leiter. You were kicked from the server. Juhu, ich war zu lange inaktiv. So, und, ja. Wenn die sich dann hier durchkramen wollen, dann fallen die hier runter wieder. Das heißt, da müssen die Bautypen auch erst die Lücke füllen. Die werden sich auch von außen mit Brücken rüberbauen, das ist klar, oder von unten hochbauen. So. Das sieht doch schon mal ziemlich schick aus. Moment, ich mach das Ganze noch mal ein bisschen schöner. Hier oben kramen die ja eh nicht. Dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Gibt es mittlerweile Eisentreppen? Ähm, nein, aber es gibt Quarztreppen, die sehen in etwa so aus. So. Das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein mit der ersten Folge. Ich sollte auch nur einmal ganz kurz einen Einblick zeigen. Und in der nächsten Folge geht es dann los mit Bauen. Ähm, und dann beginnt dann der Kampf. Und ja. Monster Spawner. Odds müsse doch Odzolot sein. Ja. Schön. Hilfe. Hm, hm, hm. Schade, dass es da kein... Oder kommen mittlerweile Creeper an? Das wär jetzt mal gut zu wissen. Ich baue das einfach mal, das ist witzig. Das ist witzig. So. Perfekt. Das sieht witzig aus. Odzoloten. So. Und ich bedanke erstmal mich fürs Zusehen. Oder Zuschauen. Und wie gesagt, ihr könnt ja Ideen auch reinpacken hier noch. Äh, wie wir die Festung bauen sollen. Weil, wie gesagt, aktuell ist es noch nicht gebaut. Und ja. Dann sag ich Tschüss und auf Wiedersehen. Und noch viel Spaß bei meinen anderen Videos. Wie gesagt, Playlist zur ersten Season in der Beschreibung. Bis dann. Bis dann.